Lange hat es gedauert, jetzt ist sie endlich da. Die Rede ist von der Xiaomi Mi Watch, eine Smartwatch mit Amazon-Alexa-Integration. Schlägt jetzt die Stunde der Xiaomi-Uhren? Die Xiaomi Mi Watch wurde tatsächlich schon vor einiger Zeit in China veröffentlicht. Dabei handelt es sich allerdings um eine Wear OS-Uhr, die aber auch nur in China veröffentlicht wurde und optisch erinnerte sie eher an eine Apple Watch. Kurz darauf hat Xiaomi in China die Xiaomi Mi Watch Color veröffentlicht, die darauf kurze Zeit später auch in Indien veröffentlicht wurde, unter dem Namen Xiaomi Mi Watch Revolve. Dabei handelt es sich quasi um die gleichen Uhren, genauso wie bei der Xiaomi Mi Watch für den globalen Markt. Also ist die Xiaomi Mi Watch, die ich hier im Arm trage, quasi die Global Version von der Xiaomi Mi Watch Color, beziehungsweise der Xiaomi Mi Watch Revolve. Preislich liegen wir hier bei 120 Euro im UVP. Wir persönlich haben sie aber selbst bestellt für, ich glaube es waren 99 Euro. Deswegen gehen wir jetzt mal von so einem Richtpreis von ca. 100 Euro aus und damit ist sie dann doppelt so teuer wie die Mi Watch Lite, die man im Angebot schon mal gerne für 50 Euro bekommt. Hauptaugenmerk ist natürlich das 1,39 Zoll Display, aber abgesehen davon bekommen wir hier insgesamt eine ziemlich schicke Uhr. An den Seiten haben wir hier zwei Funktionstasten und im Gegensatz zu der chinesischen Xiaomi Mi Watch Color wird hier der Bildschirmrand etwas verändert. Hier steht jetzt Home, das ist die Home-Taste und hier steht jetzt Sport, das ist die Sport-Taste für verschiedene Sport-Modien. Was mir abgesehen davon direkt aufgefallen ist, dass man verarbeitungstechnisch einen kleinen Fehler der Mi Watch Lite ausmerzt und hier so diese Verbindungselemente hinzufügt, wo dann das Silikonarmband dran sitzt. Und das verfügt jetzt zum Glück über diesen offenen Pin-Anschluss, den wir schon von vielen Smartwatches kennen, sodass man das 22 mm Silikonarmband tatsächlich auch leicht tauschen kann, wenn man eine andere Farbe haben möchte. Die Uhr ist generell in drei Farben verfügbar, neben diesem klassischen Schwarz gibt es auch noch eine Beige und eine dunkelblaue Variante. Ansonsten bekommt man hier wie von Xiaomi gewohnt eine gute Verarbeitungsqualität, man setzt also Material auf ein Glasfaserverstärktes Polyamid. Das Ganze wiegt knapp 49 Gramm zusammen mit dem Armband, ohne Armband sind es so circa 32 Gramm, wobei ich sagen muss, das ist natürlich nicht das Nonplusultra. Die Amazfit GTR 2 Mini, die wir vor kurzem für euch auch getestet haben, die wiegt ohne Armband gerade mal 19 Gramm. Da ist das Gewicht also wirklich verschwindend gering, die vergisst man sofort, wenn man sie trägt. Hier merkt man schon noch, dass man die Uhr trägt, was allerdings auch daran liegt, dass man hier eine relativ große Auflagefläche hat, gerade im Gegensatz zu einer GTR 2, die der Alex für euch getestet hat. Ich finde, das kann man hier im Direktvergleich ganz gut sehen, gerade an der Unterseite, da wird so der Bereich, wo der Pulsmesser dann langsam anfängt, wird das nochmal schöner abgerundet. Der große funktionale Unterschied ist in meinen Augen aber das Display, denn wir bekommen hier ein AMOLED Display, wie gesagt mit einer Displaydiagonale von 1,39 Zoll und eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln. Das ergibt eine Pixellichte von 326 ppi und damit bewegen wir uns dann auch auf einem Niveau von der GTR 2, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Das ist schon verdammt gut und gerade auch wegen der Helligkeit, die hier 450 Nits beträgt, bekommen wir wirklich ein sehr helles, schönes, kontrastreiches AMOLED Display, was in der Benutzung einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Ihr seht es hier schon an dem Watch Face, die Farben sind schön satt und das erkennt man auch, wenn man in dem Menü ist. Das knallt richtig, das sorgt auch insgesamt, finde ich, für eine bessere Orientierung. Da es ein AMOLED Panel ist, haben wir auch die Möglichkeit eines Always-On Displays. Das kann man hier in den Einstellungen einfach unter Display aktivieren, das heißt hier immer auf Display. Wenn man das aktiviert, dann kriegt man auch die Benachrichtigung quasi, dass das die Akkulaufzeit halbieren kann. Aber man kann sich dann hier verschiedene Designs aussuchen, wie man das gerne haben möchte. Ich persönlich benutze das nicht. Ich vertraue da weiterhin der Turn-to-Wrist-Funktion. Das heißt, dass ich einfach nur mein Handgelenk drehe, dann wird mir hier das Display angezeigt. Ich kann es dann wieder quasi in den Standby schicken, wenn ich so drauf haue. Und das ersetzt aber ein bisschen diese Display-Sperre, was ich persönlich ein bisschen komisch finde. Das heißt, wenn ich morgens quasi damit unter die Dusche gehe, was absolut kein Problem ist wegen der ATM5-Klassifikation, dann habe ich hier nicht die Option der Display-Sperre, sondern ich mache quasi einfach diese Funktion mit dem Handgelenk drehen aus, gehe dann in den Standby-Modus und dann wird das Display halt nicht ausgelöst, wenn ich hier drauf drücke, sondern erst, wenn ich hier drauf drücke. Und das passiert beim Duschen wahrscheinlich eher nicht. Ich hätte mir tatsächlich hier einfach eine klassische Display-Sperre gewünscht, die nämlich auch bei dem Sport-Modus fehlt. Aber zu dem komme ich gleich auch noch. Bleiben wir mal eben bei den Watch-Faces. Hier sind insgesamt vier Stück vorinstalliert. Über die Miware Lite-App gibt es aber natürlich noch weitere, ich glaube sogar über hundert. Und da sind echt ein paar coole dabei. Ich habe mir auch mal zwei hier probehalber runtergeladen. Zum Beispiel die hier, die fand ich ganz cool. Ist jetzt weniger funktional, aber sieht nett aus. Und wir haben hier noch so ein Retro-Watch-Face, was auf jeden Fall auch Charakter hat. Was mir aber dabei negativ auffällt, keine der vorinstallierten Watch-Faces ist anpassbar. Das hat selbst die Mi Watch Lite geboten. Da konnte man zum Beispiel hier dieses Standard-Watch-Face, wenn ich hier drauf gedrückt halte, habe ich hier das kleine Rädchen und kann die Module anpassen. Das fehlt hier bei der normalen Mi Watch komplett und das finde ich ein bisschen schade. Es ist sehr viel verschenktes Potenzial, wie ich finde. Das sorgt dafür, dass man generell öfter ins Menü muss. Ich kann euch ja mal generell eben schnell die Bedienung zeigen. Ähnlich wie bei der Mi Watch Lite ist es alles ein bisschen auf Kopf. Im Gegensatz zu den Amazfit-Uhren, wenn ich jetzt hier von oben runter streiche, dann kriege ich die Benachrichtigungen. Wenn ich von unten nach oben streiche, dann habe ich meine Schnelleinstellungen. Da sind sechs Stück dabei. Turn to wrist ist dabei, DND-Modus, Wecker und hier ein Schnellzugriff auf die Einstellungen. Hier auf der horizontalen Achse haben wir unsere Favoriten-Apps. Das sind sogenannte Widgets. Generell ist die ganze Bedienung noch nicht ganz so intuitiv, wie sie sein könnte. Auch hier gilt wieder zum Beispiel dreimal dieses Uhr-Icon. Da muss ich schon zweimal überlegen, ob es jetzt der Wecker ist, der Timer oder die Stoppuhr. Und dass ich hier keine andere Option habe, mir das als Liste anzeigen zu lassen mit Schrift, sodass ich lesen kann, was ich da habe. Was die Mi Watch aber hat, ist die Alexa-Integration. Und das ist bis jetzt das Alleinstellungsmerkmal der Uhr. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also ihr müsst euch einfach über die App dann quasi mit eurem Amazon-Konto verbinden. Und dann könnt ihr hier Alexa nutzen und zum Beispiel euer Smart Home steuern. Je nachdem, wenn ihr da was in Alexa hinterlegt habt. Ihr könnt es aber auch einfach so als Sprachassistenten nutzen, um zum Beispiel euch eine Erinnerung zu stellen. Sowas geht damit alles. Das ist ganz cool. Ihr habt aber vielleicht so ein, zwei Sachen bemerkt. Also erstmal, um das auszulösen, kann ich entweder hier gedrückt halten auf die Home-Taste. Oder ich kann aber von den Schnelleinstellungen hier oben auf die Alexa-Taste drücken. Oder ich kann vom Menü aus hier auf die Alexa-Taste drücken. Das ist alles drei quasi die gleiche Funktion. Teilweise muss ich immer neu damit verbunden werden. Der Sie jetzt ganz am Anfang, kurzer Screen, eine Sekunde eben verbinden. Manchmal geht es dann kurz nicht, aber dann beim nächsten Mal geht es wieder. Es ist also nicht ganz perfekt, aber es funktioniert schon ziemlich gut. Finde ich cool, dass Xiaomi das hier integriert hat und direkt auch quasi mehr oder weniger vom Start aus. Funktional ordnen wir uns bei einer Amazfit GTS und GTR der ersten Generation ein. Wir haben nämlich hier zum Beispiel keinen Offline-Musikspeicher und wir haben auch keine Bluetooth-Telefonie. Da ist halt auch die Honor Magic Watch 2, die wir wie gesagt immer gern für unter 150 Euro, manchmal sogar 130 Euro empfehlen. Die ist da mit Bluetooth-Telefonie und Musikspeicher auch schon mal ein bisschen weiter. Und bis jetzt noch so der Preis-Leistungs-Jamp. Aber wir haben jetzt zum Beispiel unseren Sportmodus, wir haben die Aktivitäten. Wir haben hier SpO2-Messung, ein Feature, was ich echt irrelevant finde. Aber gut, manche von euch wollen es unbedingt haben. Schlaftracking, Musiksteuerung ist mit dabei und so weiter. Das kennt man mittlerweile alles. Ich war damit auch schon laufen, denn die Uhr hat über 110 Sportmodi. GPS ist mit an Bord. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem GPS-Tracking. Es ist nicht katastrophal wie bei der ersten Amazfit GTS damals. Aber es ist auch nicht ganz genau im Vergleich zu einer anderen Uhr, mit der ich dann laufen war, gab es eine Diskrepanz von über 500 Metern. Das ist dann natürlich schon ein herber Unterschied, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich werde noch öfter laufen gehen, um das noch zu validieren. Bis jetzt sieht es also noch nicht ganz so rosig aus. Was mir zudem aufgefallen ist, dass man halt beim Sport nicht diese Displaysperre aktivieren kann. Was bei anderen Uhren bei mir schon mal dazu gefühlt hat, dass das irgendwie abgebrochen wurde, die Übung. Weil dann irgendwie die Funktionstaste ausgelöst wurde oder wie auch immer. Das finde ich noch ein bisschen komisch. Und wir haben ja auch noch die automatische Pausenerkennung. Die hat gefühlt ein bisschen zu langsam reagiert. Ebenfalls bemängeln muss ich die Benachrichtigung. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Ich habe den Alex mal testweise gebeten, mir Nachrichten zu schicken. So per SMS sieht dann eine Nachricht, die ein Emoji beinhaltet, so aus. Also ist einfach leer. Da wird nicht mal ein Fehler angezeigt. Sieht einfach aus wie eine leere SMS. Hier fehlt es dann auch komplett. Ich dachte eigentlich, dass der Emoji-Support versprochen wäre. Aber das sollte auf jeden Fall dann auch noch nachgereicht werden. Das waren wirklich Standard-Emojis. Das sollte also eigentlich funktionieren. Was ich auch ein bisschen schade finde, denn man hat hier so zwei Tasten zur Verfügung. Und man kann die irgendwie nicht frei belegen. Sie ist also wenig individualisierbar. Was ich ein bisschen schade finde. Allein schon, weil es hier... Man hat sich hier dafür entschieden, das als Sport-Taste zu definieren und als Home-Taste zu definieren. Wenn das einfach quasi ohne Beschriftung wäre, hätte man Software-seitig vielleicht noch eher die Möglichkeit, das irgendwie anzupassen. Gerade weil schon die anpassbaren Watch-Faces fehlen, ist die Xiaomi Mi Watch bisher also relativ unanpassbar, unindividualisierbar. Und wird einem so vor den Latz geknallt. Das können andere Uhren, gerade MS-FIT oder Huawei, schon ein bisschen besser. Aber die beiden Schnelleinstellungen sind zumindest sehr sinnvoll. Also gerade Alexa damit schnell auszulösen ist natürlich nicht verkehrt. Und bietet hier direkt alle Sport-Modi an, die es so gibt. Wie gesagt, über 110. Man kann das dann hier auch noch die Liste anpassen, Sportarten hinzufügen und entfernen. Ist also gerade auch aufgrund des GPS-S an Sportler gerichtet. Dann hätte man aber vielleicht noch ein bisschen besseres GPS einbauen können. Ich trage die Uhr erst gut zwei Tage. Das ist erstmal nur so ein Hands-on. Ein ganzer Test folgt noch, aber ich wollte euch nicht die ganze Zeit warten lassen. Denn so ein Smartwatch-Test, der dauert einfach ein bisschen länger. Allein schon, um die versprochene Akkulaufzeit von circa 16 Tagen zu überprüfen, muss ich sie halt auch 16 Tage oder entsprechend weniger benutzen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das hinhaut. Denn bis jetzt habe ich sie, wie gesagt, zwei Tage an und ich habe schon so 20% verbraucht. Das könnten also eher auch 10 Tage werden. Natürlich habe ich damit aber jetzt auch so ein bisschen mehr rumgespielt, als wie wenn ich sie normal nutzen würde, einfach um alles mal durchzuprobieren. Als App kommt die Xiaomi Wear Light App zum Einsatz. Nicht die Mi Fit App. Das kennen wir schon von der Mi Watch Light. Die ist insgesamt ähnlich zu der Mi Fit. Ist ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Dafür fehlen aber ein paar Funktionen. Wie ich finde, man verschwendet vielleicht so ein bisschen viel Platz dafür, für dieses Avatar von einem selbst und so weiter. Aber darüber kann man zum Beispiel dann die Alexa-Integration einrichten. Im Gegensatz zum Mi Watch Light hat man auch mehr Optionen bei Benachrichtigungen, dass man einzelne Apps aktivieren und deaktivieren kann. Aber ich würde mir persönlich mehr Einstellungsmöglichkeiten unter der Uhr selbst wünschen. Mein erster Eindruck zu der Xiaomi Mi Watch ist insgesamt relativ positiv, würde ich sagen. Es gibt so ein, zwei Sachen, die natürlich noch nicht so gut sind. Ich finde die anpassbaren Watch-Faces, dass sie fehlen, finde ich schade. Das GPS ist mir persönlich noch nicht gut genug. Da muss noch ein bisschen was kommen. Dafür überzeugt mich Alexa, wenn man das denn nutzen möchte, ist das auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal für die Uhr und noch ein Vorteil gegenüber den Amazfit-Uhren. Allerdings ist man dann hier auch funktional nicht auf Höhe von der GTS 2, von der Magic Watch 2 oder von der GTR 2, die halt noch so Sachen wie auf dein Musikspeicher oder Bluetooth-Telefonie ermöglichen. Und damit muss man sich dann schon mit der ersten Amazfit-GTS und GTR messen beziehungsweise auch mit der GTS 2 Mini, für die auch Alexa versprochen wurde. Also wenn die GTS 2 Mini zum Beispiel Alexa bekommt, ist man hier eigentlich relativ auf Augenhöhe und da hat die GTS 2 Mini dann den Preisvorteil auf jeden Fall auf seiner Seite. Designtechnisch ist das natürlich eine subjektive Frage. Für 100 Euro macht Xiaomi hier schon ziemlich viel richtig. Wer nicht so viel ausgeben will, der kann sich mal die Mi Watch Lite anschauen. Das Video dazu verlinken wir euch hier. Ich werde die Uhr jetzt noch weiter testen. Dann gibt es auf jeden Fall auch ein Vergleichsvideo zwischen Xiaomi Mi Watch und Mi Watch Lite. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, mit welcher andere Smartwatch wir die Xiaomi Mi Watch vergleichen sollen. Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und das war es von mir von heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.